Soll ich dir was sagen? Ich habe in meiner ganzen Baracke noch keinen Scope gefunden. Das ist schon Next Level Shit hier, ne? Kein Scope. Oh, danke. Geh, Geh. Geh, Geh, Geh. 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 So, So, Achso, jetzt sind noch 20 Gamax, okay. Waren da mehr? Äh, weiß ich nicht. Hey, du hast doch gesagt, du hast auf einen gezielt und dann hatte ich ein anderer... Ich dachte, dass da einer ist, wo ich hinelme, war, aber dann doch nicht ganz so. Ich dachte, du hast doch gesagt, du hast doch nicht... Ich nehme einfach jeden Scheiß mit denen er hat, gerade. Wer hat ne M4, Woodland, aber ich nehme mal die, geht der, ist die Zone schon da? Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Circle wird für ein... Aber ich kann, ja auch schon wieder Bombenzone, hier ist so krass, so krass die Bombenzone da und da. Irgendwas holt mich immer von diesen Fuck-Servern. Irgendwas stimmt mit meinem Editor nicht mehr. Gib mir mein... so. Ne, eindeutig. Oh. Oh. Oh, das ist... oh Fuck, das ist ja alles... oh shit. hier bin ich auch schon wieder drin meine güte 2 mx 2 oder 3 mx jetzt hat er ausgehalten der typ gerade so so Das war's für heute. Ja, hinten ist halt echt ne Öffnung, ne? Ich dachte, ich war mir sicher, dass der von zwei Hits stirbt. Ja, da ist echt in die Halle reingegangen, hätte ich nicht gedacht. Ja, da ist echt in die Halle reingegangen. Nicht heute, Sir. Wow, der war nicht schlecht ausgerüstet, Alter. Ja, naja, okay. Jetzt dürften meine Sachen wieder funktionieren, oder? Oh, meine, die Karte ist sogar noch da. Ja, klar. Ist ja gut. Ist halt die Bombenzone, ne? Die ist ja mehr als aktiv, würde ich mal behaupten. Okay, ich glaube, ich kann mir sicher sein, dass hier links einer mit der Tür ist. Ja, ich droppe auch da oben auf den Berghock. Waffen weg? Aufs Berg. Klar. Geh hoch. Oh, ich hab gerade einen überfahren, da waren zwei Typen. WTF? Was? Geh hoch, gib eine Schelle und erschießen. Einen hab ich geklatscht, hab ich überfahren, die saßen laut. Fuck, ich weiß nicht, wohin er ist. Wenn ich natürlich mit dem Auto um den rumfahre, ist die Gefahr, dass er mich rausschießt, ist halt relativ groß, ne? Ja. Das ist ja auch schön reingelaufen, der Typ. Das sind gleich ganz böse für mich Enten. Oh. Das ist ja auch schön reingelaufen. 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 Das ist ja auch schon 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 reingelaufen. Hab ihn Alter Hier war mehr als ein Massaker Was glaubst du aber Uiuiui Gut vorhin, dass ich vorhin die Snipermonie weggeworfen hab Heieiei, alter Mann Musst du mal immer sterben, ey Das ist echt kacke Ich hab hier Sniper Ja gut, die 2 Schuss, da kommt Ich behalte lieber mal Ich präpariere mal meine Waffen Ach die M40 ist nur die mit den 10 Schuss, ne Äh, weiß ich nicht Äh, ne mit den 5 Schuss mal nicht Hat die 10, hat die 10 Schuss Was hatten die, die hat die Ich bin der 3 Schuss Ich bin der 4 Schuss Ich bin der 4 Schuss Und das ist nur die Schuss Ich bin der 4 Schuss Ich bin der 4 Schuss Was war denn das jetzt? Hä? War das auf mich oder war das irgendwie? Was habe ich jetzt gerade nicht verstanden? So? Wenn ich jetzt wüsste, wo die Windräder bei Telos oben sind, da. Sniper kill. Nice. Gott hat er ein Glück. Holy shit hat er ein Glück ey. Das Scope mag auf Distanz gut sein, aber so... Meh. So war ich nur den anderen Heinz gekillt. Hier ist er drin. Ist auch noch drin. So, was hast du? Wow, er hatte halt echt nur eine NK16. Ich dachte, er hat etwas Besseres. Ziemlich unnormal, was die Typen an Medi-Kids und Boostern dabei hatten. Ich habe jetzt zehn Medi-Kids. So, da habe ich jetzt zwei, drei, vier, fünf. Können die auch alle raus. So, das ist ja gut. So, das ist ja gut. Und ich kann gerne noch drin. So, das ist ja gut. So, das ist ja gut. So, das ist ja gut. So, so wie ich jetzt. Da hat echt jemand meine Karre hinter mir genommen gerade, ne? Er war hinter mir auf dem Berg, hat auf irgendwas geschossen, hat meine Karre genommen. Oh, ich kann sogar wusten. Oh, ich kann sogar wusten. Ja, super. Oh, ich kann sogar wusten. Oh, ich kann sogar wusten. Ich habe keine Uhr offen. 25 um 20, locker um 20 kam der Hit. Ich kann es nicht auf den Typen schießen, weil ich in die Scheißzone rein muss. Toll, tolle Wurst. Nee, warte mal, nein, nein, nein. Wenn ich jetzt am Restriction Bug sterbe, ne? Wirklich, dann ist es echt... Ich stehe halt auf. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Auf. Ich stehe. Eins, zwei, drei, vier. Corona. Der Typ war da unten aber auch nicht drin, weil der ist doch einmal hier reingemovt. Ja, warte mal. Ja, warte mal, der war, hä, wo war denn der Typ, da war der? Ich habe nicht gesehen, ob einer der Zonen leider gestorben ist, sonst würde ich jetzt sagen, der ist tot, aber... Das ist so ekelhaft, ich will jetzt vor Telos und muss durch Telos durch. Das ist so ekelhaft jetzt. Hahaha. Fuck. Weißt du, ich muss jetzt einmal durch Telos durch... Also, ich muss komplett einmal durch Telos jetzt durch. Das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Das war's. Sollte so hier ist noch ein drop runtergekommen ich habe noch einen gekillt übrigens ich weiß aber nicht ob ich in die zone kommen und jetzt am park sterben oder nicht oder der junge bin ich erschrocken Sniper ist nicht schlecht, Alter, macht Spaß mit Sniper zu spielen Wir leben noch 2, 4, 6, 8, 9 Die Medi-Kids von denen haben es echt gebracht Ey, da habe ich jetzt locker schon 5 weggesnackt, ne? Durch die Zone allein nur Ja Ich booste mich direkt ein paar Mal Ich habe genug Booster einfach, dass ich das machen kann Wow Frage, ich weiß nicht Noch weiter Ich weiß nicht Dummerweise nicht, wie weit der da oben weg ist 500 noch weiter oben Da oben Ne, die ist weiter, hä? Die sind hier oben, oder was? Okay, ich habe es verkackt GG Oh, scheiße Ja, ich weiß nicht, wie weit der da oben weg ist Okay, ich weiß nicht, wie weit der da oben weg ist Ich weiß nicht, wie weit der da oben weg ist Das war's für heute. Man muss nur mal Glück haben. Ich glaube, ich versuche mich mal lieber ein bisschen, wenn das jetzt Bomben gedroppt hat, ne, bin ich salty und es mich trifft, aber wenn ihr droppt, dann glaube ich keine Bomben mehr, also nicht mehr so stark, oder? Danke. 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 Der Dome ist knapp drin. Danke. müssen wir mal anders ein paar kollegen hier ausschalten damit seine entweder um balladon ihr seht ihr nicht der sind der berggruppe glaube ich der typ wie für muni hatten der ich bin gerade richtig an zittern alter schießen gerade fünf waffen gleichzeitig vom gefühl her ich bin gerade lappert der stück ist jetzt echt mehr als ein schlechter witz die 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow, okay. Das war's für heute. 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 Jägerlich.